Musik 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 Und mit diesen Schulbussen Musik Musik So Mein noch 800 Plus Hm Nicht Genehmigt Äh Wo ist denn meine Handelszentrale Hier Umschlagplatz Der passt da nicht rein? Hast du da rein? Kohlebergwerk Ähm Ja Gut Ich könnte es endlich in die Richtung machen Was ich jetzt glaube auch mal kurz machen werde Denn ich reiß mal hier das hier raus Und werde hier einfach mal ganz kurz äh Haltungselektronik What the fuck? Okay Okay Ich werde hier mal kurz meinen Umschlagplatz Errichten Wenn hier nicht der scheiß Park Ich habe das so hoch aus abgewiesen Oh man 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 das ist alles auf einen 1 2 3 das gilt da oben und dann machen wir hier mal Kohle Kohle und Kohle aber das auch egal so müssen wir hier mal ganz kurz wieder unsere Wohnmesser verschließen und dann muss ich da noch einen Park reinbauen da ich sonst abkacke mit den Grundstückspreisen da unten muss auch ganz dringend noch ein Park rein ähm ne mach ich doch nicht sollen die da unten halt so leben und dann mach ich mal die Erzberger wo man nun mit Erz das war da zu mir aber da oben zu viel und hier toll wo wir unsere Müllanlage oh Gott ach Gott da würde ich einfach mal sagen ich beginn hier mit dem Kohlebergwerk da ist die dann mach mal A so äh ja ne bis hier so ähm Tata z mal erweitern auf jeden Fall und zwar in die Richtung und dahin und dann werde ich noch dahin machen hier hier 25 ist ja gar nichts so dann haben wir ja den riesen Kohlefeld das wir jetzt angraben 0,3 Tonnen was passiert denn da drin eigentlich nichts ah ah ok und da ist einfach kein Laststück der das irgendwie nimmt oder so ja ja ich glaube die sind gerade mit etwas anderem beschäftigt deshalb werden wir die Kohle exportieren Info was denn ja 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 ok hier sammelt sich jetzt sehr horisch wo denn aber auch irgendwann mal hier ein LKW kommen muss und das abliefern oder das abholen muss ich stehe gerade von hinten da reingefahren ich stehe gerade von hinten da reingefahren lokale Kohlelieferung wie Watte ah ok lokale Lieferung aus ein ein aus aus natürlich ich würde ja nichts verbrauchen ähm könntet ihr mal bitte hier die Kohle abholen wenn das äh wenn das möglich wäre wenn das äh äh möglich wäre da drauf da drauf du soll lieber Kohle machen hier so konsumt sie sich wenigstens auf die Kohle hier toll die sind schon voll super boah wo ist denn meine scheiß LKWs mit dem Kohle das ist noch das noch gar keine losgefahren oder muss ich jetzt auf ein aber ich muss jetzt auf ein machen äh ich dumme ich bin so dumme ich bin so dumme wo ist sie gerade zu sehen die war ja das ist die der der die Objekte in der Umgebung wenn ich sag nicht dass nicht viel machen es ist einfach so hier ist der Stadt nicht viel machen das interessiert mich auch noch mal immer ganz kurz rüber will einfach mal sagen dass dass ich dann noch die Aufnahme beende